Hallo und herzlich Willkommen beim Wissensvideo. Mein Name ist Claudia Kummer und ich habe für Sie heute zum Thema Leadership ein paar spannende Fragen vorbereitet. In den letzten Wochen waren einige Beiträge von Ihnen im Forum, die sich so mit der Frage, was ist ein guter Leader, auseinandersetzen. Zum Beispiel von Nadja. Sie antwortet an Monika. Monika, die enttäuscht war, dass laut den Lernunterlagen Chefinnen und Chefs Leader Qualitäten haben sollten und die das aber in ihrem Umfeld nicht wiederfindet. Und Nadja sagt, ja, das stimmt und man kann es nicht im Seminar alleine lernen, sondern es braucht positive Grundeinstellungen. Da bin ich voll bei Ihnen, Nadja. Sie schreiben Offenheit, Zukunftsorientierung, positives Feedback auch einholen, also bereit sein, Feedback anzunehmen, Entwicklung von Lernkultur und Fenerkultur und auch Wertschätzung und Respekt. Und ich habe mir da überlegt, ich möchte Ihnen ein paar Konzepte zeigen, wie Sie sich da noch mehr vertiefen können mit der Leadership-Einstellung. Ein Buch ist mir darunter gekommen von der Mary Lee Adams, die hat das schon vor über 20 Jahren das erste Mal rausgebracht und 2022 neu aufgelegt. Ihr Buch Change Your Questions, Change Your Life. Mary Lee Adams erzählt in dem Buch von einer spannenden Wende in ihrem Leben. Sie war Musterschülerin und hat auf der Uni einem ihrer Professoren wieder mal eine super Arbeit abgegeben. Und da hat sie sich ein Lob dafür erwartet und stattdessen hat sie gehört, this is just not acceptable. Und in dem Moment hat sie plötzlich innegehalten und bemerkt, dass sie beginnt sich negative Fragen zu stellen. Bin ich schon wieder nicht gut genug? Wieso schaffen es die anderen und ich nicht? Was habe ich diesmal falsch gemacht? Und in dem Moment, wo sie sich bei diesen Fragen ertappt hat, hat sie ihre ganze innere Stimme plötzlich klarer beobachten können und hat gemerkt, dass sie sich dauernd Fragen stellt, die sie kleiner machen. Und dass die Fragen, mit denen sie aber ins Leben gehen möchte, eine positive Zukunft vorausgestalten sollten. Und dieses Question Thinking unterscheidet auch einen Lernmindset, das Leader brauchen, also das zu Leadership dazugehört, von einem Jar Jar Mindset. Also etwas einfach nur bewerten. Was unterscheidet jetzt diese zwei Mindsets? Also die Fragen, die man sich in den beiden Mindsets stellt, wenn man jetzt beurteilt, bewertet oder eine Lerneinstellung mitbringt. Ja, etwas ist gegeben, es liegt in der Natur des Menschen. Oder es betrifft eben die Geisteshaltung des Menschen. Human Nature versus Human Spirit. Advocating oder Inquiring. Ich verteidige etwas, zum Beispiel, wie kann ich ihn oder sie im Gespräch jetzt überzeugen, dass meine Haltung die richtige ist, dass wir die Budgetkürzung machen müssen. Oder ich stelle mir die Frage, was könnte gut sein daran, oder warum möchte die andere Person das Budget aufstocken. Also ich gehe mit einer fragenden Haltung hinein. Automatic oder Thoughtful. Da geht es um die Haltung, wie beobachte ich, also wie stelle ich meine Fragen. Lasse ich da eine automatische innere Stimme ablaufen, die vielleicht kritisiert, die sagt, jetzt hast du schon wieder nicht. Jetzt solltest du aber. Oder beobachte ich mich selber und versuche da wirklich auch, mir bewusst neue Fragen zu stellen. Genau. Bewertender Stil versus akzeptierender Stil. Auch wenn jetzt ein Gegenüber zum Beispiel Meinungen oder Gedanken einbringt. Ganz wichtig, die aufgeben, alles schon zu wissen. Know it already, sagt sie. Das sind diese Haltungen, wo die Menschen sagen, ja, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Oder eh klar, jetzt will er mir erzählen, dass der Hund die Hausübung gefressen hat oder so, ja. Na, bewusst innehalten und schauen, ich weiß es nicht. Ich kenne die Person nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet, was du mir jetzt sagen willst. Ich höre dir mal unvoreingenommen zu. Also, die Flexibilität ist auch im Lernermindset wichtig. Also, dass man bereit ist, alte Systeme oder wie man bisher die Menschen kennengelernt hat, auch mal zu hinterfragen. Zum Beispiel, dass Menschen, die Mütter oder Väter sind, vielleicht ist so die landläufige Vorstellung, dass die vielleicht nicht Überstunden machen können. Mag aber in dem Fall ganz anders sein, ja. Und da muss ich erstmal kennenlernen, die Lebenssituation. Genau. Bedenke ich nur meinen eigenen Standpunkt oder bin ich offen für andere Standpunkte? Muss ich mich fragen, wie kann ich am besten gewinnen oder wie kann ich Recht behalten oder wie kann ich zeigen, dass ich Recht habe? Win, lose. Oder gehe ich darauf hin und vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit, von der wir beide profitieren, die wir jetzt noch nicht kennen. Debate oder Dialog? Debatte, ja, da geht es wieder ums Recht haben. Oder der Dialog? Ich möchte gleichmäßig mich ins Gespräch einbringen mit dem Anderen. Sehe ich Feedback als Angriff an oder wünsche ich mir Feedback, um etwas zu lernen? Genau. Attack oder Defense ist eben der Charger-Mindset. Oder ich suche nach neuen Lösungen. Ich suche nach Innovationen und bin bereit zu lernen. Genau. Und die Fragen, die dazu hilfreich sind, sind immer Fragen, die öffnen. Zum Beispiel stellen Sie sich die Frage, was wäre jetzt noch möglich? Was wäre eine Alternative zu all dem, was Sie beschließen, was Sie hören? Wie könnte man es noch anders sehen? Ja. Und was könnte in Zukunft das Nützlichste sein? Oder wie komme ich dorthin? Die Frau Adams hat auch in der Situation, wo sie draufgekommen ist, ihre Arbeit war negativ, hat dann die Frage gestellt, okay, how can I fix it? Wie kann ich es besser machen? Das ist so eine öffnende Frage.